T-Rex, Rish, is the best I want to eat and join me! Das war aber knapp! Das ist ein Erdbeben! Ich kann nicht mehr stehen! Mein T-Rex! Shhh! Sei jetzt ganz stark! Das ist der Koppel-Alarm! Wir müssen uns beeilen! Wir haben weniger als eine Minute! Oh, Mann! Ich kann es nicht glauben, dass ich schon wieder Dino-Kacker-Dienst habe! Was war das? Was war das denn? Mein Arm ist eingeschlafen! Das war ein Schlummer-Dart! Oh! Das tut mir leid! Ich habe mit meinem Schlummer-Dart geübt und dich getroffen! Kein schlechter Schuss, oder? Ja, du hast... Warte, wer bist du? Ich bin Park-Ranger Terra! Ja, hi, Park-Ranger Terra! Ich bin Park-Ranger Aaron! Freut mich, dich kennenzulernen! Oh! Ich versuch's mal wenigstens mit dir im Arm! Ja, der kommt wieder, das versperrt mich! Ja sicher, da muss nur wieder Blut rein! Auf jeden Fall! Gefühl kommt wieder, okay! Warte, warte, du bist Park-Ranger Terra? Nun, ich war ein Senior Park-Ranger, als das noch ein Safari-Park war! Ah, klasse! Du hast dir also das Sagen? Ja! Das ist... Also, ja! Ich übe mit meinen Schlummer-Darts! Oh! Das ist gut, ja! Du musst ja gewappnet sein gegen die Dinosaurier! Und vor allem den Dino-Master! Er ist quasi... unser, äh, Erzfeind! Er versucht, all unsere Dinosaurier zu schnappen und sie in ein Videospiel zu stecken! Also, was hast du vor? Oh, naja, ich hab diesen schicken Beutel dabei, weil ich heute Dino-Kackerdienst habe! Wir haben leider einen T-Rex hier und er hat einen ziemlichen Haufen da gelassen, ausgerechnet da, wo die neue Security-Kamera hin sollte, ja! Oh! Ich weiß nur noch nicht, wie wir einen riesigen Haufen T-Rex-Kacker in den kleinen Beutel bekommen! Die erste Regel, um ein guter Parkranger zu sein ist, herauszufinden, wie du 10 Kilo in einen 5-Kilo-Beutel bekommst! Hast du Bock? Ja, das schaffen wir! Los geht's! Schaufeln wir Dino-Kacker! Ja, okay, los geht's! Ja, der ist ziemlich cool, oder? Ja, du hast den Dreh raus, denke ich! Du hast mich vorhin ziemlich gut erwischt! Ziemlich cool, oder? Was war das? Ja, ich... Ja, ich... Ich denke... War nur ein Vogel! Ja, es... Es ist bestimmt... Das war... Weit, weit weg! Ja, lass uns einfach die Kacker finden, okay, ja? Es ist gleich da drüben! Ich kenne den Ort genau! Pfff! Pff! Pff! Ne! Ist keine Dino-Kacker! Da bin ich mir sicher! Das ist doch... Nur ein bisschen Dreck! Ja, ja! Das muss man genau prüfen und so! Ich prüfe lieber keine Dino-Kacker! Ja, ich mach das auch nicht gerne! Wollte ich nur kurz sagen! Hey! Dein Handy klingelt! Was? Das hab... Das hab ich nicht dabei! Das muss deins sein! Oh, äh... Oh ja! Ich hab zwar einen anderen Klingelton, aber... Oh, warte! Mein Handy ist weg! Hast du's verloren! Warte! Ich denke nicht! Ich glaube ich... Ich glaube ich höre es von dort! Lass uns dahin gehen! Dahin? Ja! Hey! Hörst du es? Oh ja! Ich höre es klingeln! Vielleicht ist es da oben? Kann doch! Es wird lauter! Wir kommen näher! Oh Mann! Wie sollen wir das jemals finden? Ich kann es einfach nicht sehen! Hey! Was? Oh! Oh! Heilige Dino-Kacka! Mein lieber Scholli! Ich fürchte, das ist ein T-Rex-Haufen vor uns! Ich bin sicher! Ziemlich sicher! Das Handy liegt da drin! Ja! Ja! Lustigerweise ist das ein vergleichsweise kleiner Haufen für einen T-Rex! Wirklich? Ja, die essen echt viel Fleisch! Also... Oh Mann! Was für ein riesen Haufen Kacka das ist! Okay! Alles klar! Ich bin bereit! Okay! Alles klar! Jetzt geht's los! Man macht das so! Man braucht einen guten Handschuh! Für die Dino-Kacka, okay? Oh! Und eine Maske! Maske ist sehr wichtig! Ich ziehe die Maske an! So ist gut! Okay! Okay! Ich sehe gar nichts! Oh, warte kurz! Ja! So ist besser! Ich habe die Maske! Und sie zu und lerne, okay? So macht man das nämlich! Ich ziehe noch den anderen Handschuh an! In Ordnung! Okay! Jetzt legen wir los! Zurückbleiben! Das ist ein hochpräzises chirurgisches Vorgehen! Ich glaube, ich habe es gefunden! Was? Du hast mein Telefon gefunden?! Du hast es tatsächlich gefunden! Danke! 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 Und ich dachte schon! Es klingelt! Es klingelt! Was? Es klingelt? Ja! Geh ruhig ran! Geh ran! Hallo? Hier spricht der Dino-Master! Yeah! Der Dino-Master! Er ruft tatsächlich an! Ich wusste, dass er es tut! Ich bin wieder da und ich werde euch alle Dinosaurier mit meinem Dino Zepper wegnehmen! Du klaust mir nicht meine Dinosaurier! Das sind meine Dinosaurier! Moment mal! Wer bist du denn überhaupt? Hey! Siehst du den hier? Der haut dich im Nullkommanichts um! Das ist ein Schlummerdart! Zepper! Ich mach dich fertig! Ja, ja! Sag ihm wie es ist, Terra! Du... Und dein Blaster! Sag dem Dino-Master, wer hier das sagen hat! Du kannst... Was? Ist das der richtige? Genau! Ist der echte Parkranger? Genau! Du kommst hier nicht in meinen Park! Das ist mein brandneuer Park! Ich weiß, was ich hier tue! Ich bin der Parkranger und du bist nur ein Fiesling! Ich... Ja! Ich muss... Ich muss los! Und ich werde mir deine Dinos holen! Ganz genau! Lauf um dein Leben! Oh! Er ist weg! Okay! Okay! Weißt du was? Keine Sorge! Der Dino-Master weiß nicht, dass wir in Kalifornien sind und alle Dinos mitgenommen haben! Er hat keine Ahnung! Okay? Wir sind in Sicherheit! Keine Sorge! Aber du hast gut ausgeteilt! Hahaha! Puh! Das war ganz schön knapp! Beinahe hält ich meine Hände in diesen Riesenhaufen! Oh! 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 Das ist ein Erdbeben! Oh! 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 Oh nein! Oh! 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 Mann, ich kann's nicht fassen, dass ich in die... die... Hey, warte mal kurz. Das ist keine Dino-Kacka. Was? Das ist Schlamm. Uh, das war echt knapp. Okay. Bitte kommen, Parkranger Aaron. Uh, das Walkie-Talkie. Dino-Dustin. Ja, was gibt's, Dino-Dustin? Die Elektrozäune sind ausgefallen. Ihr müsst sofort verschwinden. Oh, der Strom ist aus. Die Koppelzäune gehen nicht mehr. Natürlich, natürlich. Das heißt, T-Rexes und Raptors sind frei. Oh, nein. Wir müssen los, bevor sie uns finden. Komm schon. Pack dein Kram und nichts wie weg. Ja, behalte die Gegend im Auge, okay? Schnell weg von hier. Kala! Immer, immer weiter. Oh, warte, warte, warte. In welche Richtung? Wo ist das Tor? Nun, ich dachte, es wäre hier. Tja, es ist ein neuer Park. Ich kenne doch nicht jede Ecke. Ich finde mich hier noch nicht zurecht. T-Rex. Ganz still sein jetzt und kein Stück bewegen. Vielleicht bemerkt er uns dann überhaupt nicht, okay? Hoffentlich merkt er nicht, dass ich... Naja, es war ja gar keine Dino-Kacke. Hoffentlich riecht er es nicht. Ich glaube, er will an uns schnüffeln. Ach, schnüffel! Sieh mal, ein Raptor. Er legt den T-Rex ab. Wir müssen leise sein, okay? Okay. Was machst du? Oh, ja, du hast ihn! Ja, du hast ihn! Du hast ihn erwischt! Und sie hauen ab! Oh, yeah! Klasse! High five! Double high five! Wow! Alles klar! Du bist ein zertifizierter Schlummer-Dart-Blaster-Experte. Ab sofort. Danke. Danke. Oh, das ist der Koppel-Alarm. Dustin hat den Strom wieder angemacht. Wir müssen schnell weg hier. Was? Los, da lang! Was? Schnell, weil ich! Wo ist es? Nun, ich dachte, es muss hier irgendwo sein. Oder wenigstens in der Nähe. Lass uns da hoch. Oh. Vielleicht entdecke ich es. Ja, das nenne ich mal einen ordentlichen Baum. Oh, ja, 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 ja. Hilf mir nochmal. Sorry! Okay, jetzt geht's. Alles klar. Bist du oben? Nicht fallen! Ich bin oben. Schaffst du das? Ja, ich schaff das! Oh, ja. Hier hat man eine gute Aussicht. Ja. Oh, ich glaube, ich sehe es da drüben. Du hast recht. Da hinten ist der Koppelzaun. Okay. Okay. Wir müssen uns beeilen. Wir haben weniger als eine Minute übrig. Wir müssen zum Basiscamp, oder nicht? Ja, Park Ranger Obi muss wissen, dass der Dinomaster auf dem Weg zur T-Rex Ranch ist. Er muss die Dinosaurier herschicken. Nein. Die gute Nachricht ist, der Park ist fertig. Bist du bereit? Ja. Lass uns abhauen. Fang. Gib mir deine Hand. Ach, danke. Super. Los geht's. Hi, Park Ranger. Hey. Perfektes Timing. Ich muss die ganzen Sachen aufräumen. Hilfst du mir? Gibst du mir den Ultra-Dino-Zapper? Ich habe damit gerade ein Dino in die Wild-Zone gesappt. Wild-Zone? Was ist das? Oh, das ist ein Sektor hier im Park, in dem alle Arten von Dinosauriern umherstreifen. Dort leben die etwas wilderen Dinos auf sich gestellt in freier Natur. Denn sie scheinen sich so wohler zu fühlen. Und außerdem lassen sie sich nicht so einfach zähmen. Drum lassen wir sie in ihrer natürlichen Umgebung. Wilde Dinos in freier Wildbahn. Cool. Klingt genau richtig für mich. Mag sein, aber Vorsicht. Super gefährlich für Menschen. Du gehst da nicht alleine hin. Jawohl, Mann. Hier, bitteschön. Danke. Wow. Maddy? Oh, ich habe sie in die Wild-Zone gesappt. Parkranger Maddy, bitte komm. Sorry für Parkranger Maddy. Falls du mich hören kannst, keine Panik. Bin auf dem Weg. Halte durch. Oh, ich bin so was von gefeuert. Äh, hallo? Parkranger, sorry. Oh, Mist. Und nun? Ich habe das Gefühl, dass wir überhaupt nicht mehr im Basis-Camp sind. Ich glaube, das hier ist die Wild-Zone. Parkranger, sorry. Kannst du mich hören? Ich bin mir nicht sicher, wo ich bin. Hallo? Hallo? Oh, nein. Ich muss diesen Kampf stoppen. Hey, mein Schlummer-Dart-Blaster glännt. Er funktioniert nicht. Ich werfe einen Blick in mein Mini-Parkranger-Handbuch. Hier steht es. Wild-Zone. Seid vorsichtig, Parkranger. Viele Geräte funktionieren nicht in der Wild-Zone. Oh, blöd. Was? Was dann? Nutzt lieber euren Parkranger-Verstand. Und befolgt unsere Wildniffstipps. Oh, oh. Hier, fang! Parkranger Maddy, bitte kommen. Hallo? Keine Panik, Maddy. Ich finde dich. Ich bin großartig im Rätsel lösen. Oh, Mann. Au. Au. Wo lang? Was sagt mein Kompass? Was zur... Er spielt total verrückt. Oh ja, hab's vergessen. Viele Geräte funktionieren nicht in der Wild-Zone. Däh. Also, dieser Weg wirkt irgendwie sicherer. Aber wer weiß, wo ich Maddy hingesappt hab. Ich sehe in meinem Mini-Dino-Verschwörungs-Handbuch nach. Dino-Verschwörungstipp Nummer 42. Wenn du dich für einen Weg entscheidest, nimm den, der am gruseligsten aussieht. Sie wollen, dass du glaubst, der sichere wär besser. Das ist ein Trick. Wer volle Hosen hat, wird ausgetrickst. Sei mutig. Okay, Zoe. Sei mutig. Nimm den unheimlicheren Weg. Puh, das war knapp. Alle Dinos sind weg. Komm schon, Maddy. Du bist doch eine Naturliebhaberin. Das kriegst du hin. Parkruncher Überlebens-Tipp Nummer 1. Das Wichtigste zuerst. Geht in den Schatten. Schon erledigt. Ich bin eben gut. Parkruncher Überlebens-Tipp Nummer 2. Vergesst nicht, genügend zu trinken. Parkruncher Überlebens-Tipp Nummer 3. Beschafft euch Nahrung. Man weiß nie, wie lange man in der Wildnis sein wird. Na toll. Hm, okay. Wenn ich ein Pflanzenfresser wäre, wo würde ich dann nach Futter suchen? Krill, krill. Ich will etwas futtern. Augenblick mal. Bingo! Das ist Maddys Betäubungsblaster. Ich komme der Sache näher. Halte durch! Ich komme jetzt zu dir, Parkranger Maddy! Der gruselige Weg war der richtige Weg. Oh nein! Ein Spinosaurus! Was soll ich tun? Parkranger Überlebens-Tipp Nummer 4. Tarnt euch, um euch vor Fressfeinden zu schützen. Ich kann sie nirgends finden. Ich hoffe, es geht ihr gut. Oh, ich informiere besser Parkranger Aaron. Dinosauerei, kein Empfang! Oh Mann! Dino-Vogel-Kacke? Ach komm schon! Naja, lauter Dinosaurier-Leggetten soll es Glück bringen, wenn man Dino-Vogel-Kacke abbekommt. Also, wehe, das stimmt nicht! Au! Komm! Maddy! Maddy! Puh, die Luft ist rein. Alle Dinos weg. Sicher sucht Parkranger Zoe bereits nach mir. Bloß weiß ich nicht, wie ich sie finden soll. Ich sehe besser in meinem Mini-Parkranger-Handbuch nach. Parkranger Überlebungstipp Nummer 5. Wollt ihr in der Wildnis jemanden finden, sucht euch den höchsten Punkt aus, um die Wege zu sehen. Oder sogar eure Gruppe. Ja genau, wenn ich hoch genug steige, kann ich sie vielleicht sehen. Ich komme doch schon hoch. Easy. Easy. Moment mal. Das sieht aus wie das Ende der Wildzone. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Oder nie vorbei. Ich drehe besser um. Äh, hey, Kumpel! Wirklich? Der Klicky-Klicky funktioniert ja auch nicht. Warte, du kommst mir bekannt vor. Du bist der Raptor, mit dem ich geredet habe als... Ich dachte, ich wäre ein Raptor. Vielleicht schaffe ich es noch mal mit dir zu reden. Es hat schon einmal geklappt. Toll, ich habe noch mehr Raptors gerufen. Ich bin endlich oben. Hm. Na, dann schauen wir doch mal. Da ist sie! Park Ranger Zoe! Und was ist denn das vor ihrer Nase? Heiliger Dino, ein Rudel-Raptor. Ich sollte ihr helfen. Ich kann zwar keine Geräte verwenden, aber ich kann sie sicherlich gut ablenken. Rabiat ist mein zweiter Vornam. Jihau! Kusch, kusch! Geht bitte weg! Hierüber, ihr Raptor! Komm zu mir, ihr Liebeschädchen! Komm her! Äh, hi, ihr. Also, irgendwie läuft das hier nicht ganz nach Plan. Oh nein! Maddy! Thanks, Zoe! Dink! Ich hab's! Es gibt da etwas, was alle Kreaturen hassen. Wild oder gezählt. Wenn man im Wasser direkt ins Gesicht spritzt. Die sollte funktionieren, denn es ist natürlich... Ja, funktioniert. Zeit für euer Bart, Freunde! Maddy, schnell! Zum Basiscamp geht's dort lang! Wir treffen uns dort! Los! Ja, mein Hund hat das Baden auch. Cool. Das war ganz schön heikel. Es tut mir so leid, Maddy. Machst du Witze? Das war das beste Abenteuer, das ich je hatte. Ich konnte lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Nun ja, ich hoffe, du musst dieses Wissen nie wieder anwenden. Oh, hey, Parkranger Aaron. Du wirst mir das zwar nicht glauben, aber wir saßen den ganzen Tag in der Wildzone fest in Park B. Weißt du etwas über diesen Bereich? Ich weiß, dass es etwas holprig, äh, ich mein, knifflig sein kann. Wirklich knifflig. Alles meine Schuld. Ich habe aus Versehen Parkranger Maddy dorthin gesappt, aber wir haben's zurückgeschafft. Gerade so. Diese Raptors sind ganz schön schlau. Na, immerhin hat niemand Dino-Kacke abbekommen. Äh, ich würde das so nicht sagen. Wie kannst du denn davon wissen? Es stinkt bis hierher. Äh, wie auch immer, wir müssen leider gehen. Sorry, ist echt dringend. Bye, Parkranger Aaron. Danke für den Anruf. Okay, dann bis später. Missionseintrag 621. Entferne stets die Hinweise auf Dino-Kacke oder du musstest dir den ganzen Tag anhören. Sorry. Es war zu lustig. Es ist ziemlich lustig. Und es hat mir Glück gebracht. Ich fand dich. Darum danke, Dino-Vogel. Oh nein, nicht schon wieder. Danke fürs Essen, Parkranger Suey. Ja, aber natürlich. Hat Spaß gemacht, so ein kleines Ranger-Picknick. T-Rex-Ranch-Dressing und so. Das war Parkranger Perfektion. Oh oh. Aber unser Dino-Check von heute Morgen war nicht Parkranger Perfektion. Wir haben die Dimetrodons vergessen. Uh, die sind schwierig zu zählen. Sie schleichen sich an und plötzlich stehen sie vor dir. Äh, dann machen wir das besser gemeinsam. Hey, der Blaster funktioniert nicht. Und der hier auch nicht. Das ist seltsam. Ich frag mich, wie das passiert ist. Ich hab es heraufbeschworen. Ähm, wie wär's, wenn du hier bleibst und du sie reparierst, Naomi, und wir beginnen mit der Zählung. Ja, ich liebe es, Kühe zu zählen. Äh, die Metrodons sind nicht wie Kühe. Ja, aber auch nicht viel größer als die Kühe auf unserer Farm. Aber viel schlauer. Wir müssen zusammenbleiben. Sie schleichen sich an dich heran und spring dich an! Wir nehmen lieber die Dino-Leckerlis mit. Du meine Güte. Okay, das waren drei Dimetrodons. Aber es fehlen noch drei weitere. Lass uns zusammenbleiben und weit weg von ihnen. Oh, sieh! Da ist noch einer! Ah, gut! Oh, aber er ist im Herbivor-Bereich. Das ist okay. Der Laserzaun ist an. Versucht er den Bereich zu verlassen, bekommt er einen klitzekleinen Stromschlag, um ihn zu erschrecken. Oder ich treibe ihn, wie ich's bei den Kühen mache. Ich zeig's dir! Nein, 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 Maddy! Okay, wir haben vier Dimetrodons. Jetzt müssen wir noch zwei finden. Ich sollte ihr lieber helfen. Oh! Hab sie schon gefunden! Hallo! Da lang, Kumpel! Also bei Kühen funktioniert das. Ha! Seht! Easy peasy! Er bewegt sich schon. Wie konntest du denn so schnell umdrehen? Du bist hinterhältig! Warum gehörst du denn nicht? Probieren wir was. Also bei unseren Kühen funktioniert das. Nein! Äh, willst du ein Dino-Leckerli? Hier für dich! Nein! Äh, willst du ein Dino-Leckerli? Nein! Äh, bist wohl eher ein Chai-Latte-Typ, hm? Ah! Wie krieg ich das Ding denn zum Laufen? Es funktioniert nicht! Es funktioniert! Hey! Aber wieso kommt er zurück? Och nö! Ist das Teil jetzt etwa im Boomerang-Modus? Ah! Es ist im Boomerang-Modus! Und mein Arm wird jetzt schon taug. Zum Glück war es kein Superschlimmer-Dart. Ich muss ihn reparieren. Und zwar schnell. Ja! Brave Carnivoren! Oh, oh, hey! Habt ihr Hunger? Ich habe leckere Snacks dabei! Okay! Hier! Na los, mach dein Dino-Picknick! Das hat nicht geklappt! Hey, es ist okay! Ihr habt eben keinen Hunger! Ähm, okay! Aber die Metrodons! Ah, ihr wollt, dass ich bleibe! Habt ihr Spaß mit mir? Oh! Hey! Noch immer kaputt. Vielleicht weiß Park Ranger Aaron, was man da tun kann. Hey, Park Ranger Aaron hier! Hey, Park Ranger Aaron! Wir haben Probleme mit den Schlummer-Dart-Blastern. Sie klemmten. Und jetzt sind sie im Boomerang-Modus. Und nichts, was ich mache, funktioniert. Oh, das klingt nicht gut. Ich schicke dir etwas rüber, das dir dabei helfen könnte. Okay, großartig! Danke, Park Ranger Aaron! Ein Schraubendreher? Mehr nicht? Puh! Er ist weg! Park Ranger Maddy! Wo bist du denn? Ich brauche deine Hilfe! Ich bin von zwei echt mies gelaunten, die Metrodons umzingelt. Die Snacks taugen gar nichts! Bitte kommen! Ja, verstanden! Ich bin auf dem Weg! Dino-Modus, du bist wieder da! Verstecken spielen ist ein Ding. Wie wäre es denn mit diesem Spiel? Willst du angreifen, wie unsere Bullen es tun? Das Spiel kenne ich gut. Ah! Du bist aber kein guter Sportsmann! Ah! Hey, hey! 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 Ihr braucht nicht näher zu kommen! Ich kann euch auch von hier zählen! Ah! Pickling vorbei! Ah! Ja! Ich denke, das hat funktioniert! Wuhu! Yeah! Einer erledigt! Ein Blaster fehlt noch! Ah! Ah! Wie die Metrodons kommen! Wo? Ah! Du hast nicht zufällig den Dino-Zapper dabei, oder? Nope! Oh! Sie sind nicht hier! Sie sind weg! Ach! Ach, sind sie? Äh! Kommt jetzt raus, ihr gelbäuchigen Babys! Und stellt euch wie richtige Dinos! Nein! Maddy! Sie sollen sich uns nicht stellen! Wir haben keines unserer Geräte dabei! Schon vergessen? Oh! Komm schon! Oh! Da lang! Versuch mal hier! Okay! Langsam wird's gruselig! Richtig gruselig! Okay! Lass uns hier abhauen, bevor sie wirklich auftauchen! Ha! Seid ihr Zauberer oder so? Okay, okay! Oh nein! Wir wurden in die Ecke gedrängt! Es gibt kein Entkommen! Irgendwelche Ideen, wie wir nicht zu Dino-Futter werden! Äh... Wollt ihr euch nochmal verschwinden lassen? Ah! Ich glaub, sie möchte nicht! Bitte, 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 bitte! Hey! Lass meine Freunde in Ruhe! Ha! 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 Hey, geht auf eure Zimmer oder das Abendessen fällt heute aus! Ich mach nur Spaß! Das war abgefahren, Naomi! Danke für deine Hilfe! Na klaro! Ich hab die Dinge endlich zum Laufen gebracht! Okay! Lasst uns verschwinden, bevor sie zurückkommen! Ich frag mich, ob Schlummerdartblaster auch bei Kühen wirken! Das probieren wir später! Gehen wir? Mhm! Das war ein intensiver Dino-Check! Es tut mir leid, Park Ranger Zoe! Du hattest recht! Dinosaurier sind nicht annähernd wie Kühe! Ich hätte auf dich hören sollen! Schon in Ordnung! Wir lernen alle noch! Jetzt weißt du's ja! Und Dinosaurier sind mit keinen anderen Tieren vergleichbar! Ich denke, ich bin das nicht gewohnt böse zu irgendwelchen Tieren zu sein! Oh, hey! Du bist nicht böse! Du bist eben noch neu! Hast du denn schon immer gewusst, wie man Kühe hütet? Ich wette, du musstest auch erst lernen, wie man das tut! Das stimmt! So war's! Und jetzt bin ich gut drin! Siehst du? Es braucht eben manchmal Zeit, bis man richtig den Dreh raus hat! Ja, ich hab viele Fehler gemacht, als ich angefangen habe! Wir alle haben das! Auch heute noch! Das gehört zum Park Ranger sein dazu! Einige Fettnäpfchen! Aber wisst ihr, was da helfen kann? Teamwork! Und Blaster, die funktionieren! Schreiben wir auf, was wir gelernt haben! Das übernimmst du! Okay! Missionseintrag 624! Benutze keine Kuhtricks an Dinosauriern! Sie haben ein sehr unterschiedliches Verhalten! Oh! Und vor allem die Metrodons! Ja! Sie sind hinterlistig! Sie können überall auftauchen! Nämlich so! Wie nochmal? Na so! Du bist echt gut im Dinosaurier-Imitieren! Oh! Hey! Wir haben vergessen, die ganzen anderen Dinosaurier zu füttern! Ich rufe die Herbewohren! Ja! Ich verstehe schon! Ja! 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 Hey! Wartet! Neun runter! Dieser legendäre Dino regiert auf den Klicky-Klicky und fliegt hoch hinaus, beginnt mit einem F und endet auf R! Nicht der fliegende Mini-T-Rex! Na, Flugreptor! Du doch nicht! Hey! Du musst doch Parkranger Madison sein! Ja! Oder kurz, Maddy! Oh! Upsi! Das tut mir leid! Ach, schon okay! Ich habe doch nur rumgespielt! Also, ähm, Parkranger Aaron sagt, du wohnst erst seit kurzem in Kalifornien? Ja! Meine Familie hat eine Farm hier! Die Bullen mag ich am liebsten, weil sie es einem so schwer machen! Das macht mir Spaß! Ach! Du passt einfach perfekt hierher! Wir haben eine Nachricht für dich! Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt ein Parkranger! Wir sind froh, dich im Team zu haben! Und achte darauf, den Schlummerdartblaster immer griffbereit zu haben! Und viel Glück bei der Betreuung von Park B! Wow! Mama! Das war eine knackige Nachricht! Danke! Gern! Äh, jetzt zeige ich dir, wie man die Dinos füttert! Komm mit! Oh! Oh! Stegosaurus! Hier, Kleine! Oh! Nein, 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 nein! Die Dinosaurier mögen es nicht, wenn man was nach ihnen wirft! Das regt sie wirklich auf! Äh, wirklich? Meine Farmtiere lieben es! Sie jagen es und spielen damit! Ja, nun, du musst es ihnen sachte auf den Boden legen! So! Ah! 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 Oh! Tollstein! Danke schön! Au, mein Zeh! Oh! Oh, mein Zeh! Ich hasse Zeh am Stoßen! Au, 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 au! Oh, sie frisst! Okay, dann eben einfach und langweilig! Gut, weißt du was? Du führst weiter und ich lege mal kurz meinen Fuß hoch. Was? Wie schafft es dieser Giganotosaurus immer zu entkommen? Vielleicht ist der Laserzaun zu schwach. Oder ist das ein Trick? Wie auch immer, er muss zurück in seinen Paddock. Hier, wir zappen ihn hin mit unserem Dino-Zapper. Oh, darf ich bitte? Okay, aber pass auf dich auf. Geh nicht zu einer Rasse. Mach mir keine Angst, du gelbäuchiger Dino-Zapper. Oh ja, ja. Siehst du, der Laserzaun ist jetzt noch höher. Gehen wir los. Gut gemacht. Danke. Komm mit. Au, 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 au. Oh, ich bin so froh, dass der Tag fast vorbei ist. Oh, Dino, ich hab den Eimer vergessen. Ich geh schnell los und hol ihn. Wem gehört diese Uhr? Ah, Technikmagierin. Sie hat sie vermutlich beim tausendsten Versuch, sich auf die Ranch zu schleichen, verloren. Ich frag mich, was die wohl kann. Neun runter. Dieser legendäre Dino reagiert auf den Klicky-Klicky und fliegt hoch hinaus, beginnt mit einem F und endet auf ein R. Hm, nicht der fliegende Mini-T-Rex. Na, Flugraptor. Du doch nicht. Wie? Das war doch schon. Der Tag wiederholt sich. Die Uhr hat den Tag zurückgedreht. Echt? Guter Witz? Ich bin Madison. Medi für Freunde. Stopp, warte. Oh, Upsi. Das tut mir leid. Kein Problem. Hier, eine Nachricht für dich. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt ein Parkranger. Sonderbar. Diese Uhr muss eine Art Zeitmaschine sein. Ich muss den selben Tag nochmal wiederholen. Oh. Wow, Mama. Das war eine knackige Nachricht. Danke. Gern. Äh, ich zeig dir, wie man die Dinos füttert. Äh, äh, okay. Wow, Stegosaurus. Hier, Kleine. Oh nein, wirf es ihnen nicht hin. Das mögen sie nicht. Du musst es sachte auf den Boden legen. Juhu, ich hab mir nicht den Zeh gestoßen wie letztes Mal. Oh, yes. Oh, sieh doch. Sie frisst. Okay, dann eben einfach und langweilig. Moment mal. Jetzt müsste doch der Giganotosaurus kommen. Ja, ich war schneller. Vergiss den Eimer nicht. Ich bin so froh, dass dieser Tag fast vorbei ist. Fliegt hoch hinaus, beginnt mit einem F und endet auf R. Was zum Dino? Bitte nicht schon wieder. Na, Flugraptor. Du doch nicht. Ja, ich weiß. Du bist Madison. Ja, Medi für Freunde. Äh, upsie. Das tut mir leid. Kein Problem. Hier füttert die Herbiboren. Nicht werfen, sondern auf den Boden legen. Einmal nicht vergessen. Okay. Jetzt reicht's. Die Technikmagierin muss herkommen und dieses Zurückspulen stoppen oder ich erlebe denselben Tag immer und immer wieder. Hm. Wie kontaktiere ich Olivia? Wahrscheinlich sieht sie uns sowieso gerade zu. Ich versuch's über die Überwachungskameras. Hey, Technikmagierin. Ähm, ich weiß, dass du uns beobachtest. Äh, hey, Punkranger Zoe. Zoe, wie geht's dir? Ähm, also ich hab deine Zeitreiseuhr und ich durchlebe denselben Tag wieder und wieder. Meine Uhr, da hab ich sie vergessen. Ich such sie seit einer halben Ewigkeit. Nun, der Tag wiederholt sich andauernd. Wer erfindet denn so etwas? Ich wollte ne Zeitmaschine erfinden. Es funktioniert halt noch nicht so richtig. Entspann dich mal. Ich bin zwölf. Okay, ich geb sie dir zurück. Aber nur, wenn du hierher kommst und mir dabei hilfst, das Ganze zu stoppen. Schön, Deal. Ich bin raus. Hm. Aha, ich glaub, ich hab's. Nein, nicht drücken! Ah! Beginnt mit einem F und endet auf R. Nicht schon wieder. Na, Flugraptor! Du da nicht! Hey, Maddy. Wow, woher kennst du meinen Spitznamen? Freut mich, dich kennst du... Oh, Upsi, das tut mir leid. Hier, füttert die Herbewohren. Nicht werfen, hinlegen. Einmal nicht vergessen. Äh, okay. Moment mal, was war das denn? Ich saß doch eben noch mit der Uhr bei dir. Und jetzt bin ich wieder zurück? Du hast den Knopf gedrückt. So ist das Zeit-Zurück-Dre-Ding passiert. Weißt du nicht, wie deine Technik funktioniert? Nö, ich konnte sie ja noch nicht testen. Denn ich hab sie vorher verloren. Cool. Jetzt wiederholt sich der Tag wieder, weil du den Knopf gedrückt hast. Maddy, Maddy weiß nicht, dass sich der Tag wiederholt. Denn sie hat nicht den Knopf gedrückt. Nun gut, auch wenn keiner von uns diesen Knopf drückt, wird dieser Tag wieder von vorne beginnen. Und zwar um 16.30 Uhr. Es sei denn, wir kriegen das Problem gelöst. Denn wenn nicht, dann werde ich durchdrehen, wenn ich diesen Tag wieder und wieder und wieder erlebe. Okay, okay, ich komm zu dir. Technik-Magierin over and out. Okay, ich glaub, ich bin fast fertig. Nope, doch nicht. Definitiv nicht fertig. Oh nein, es ist kurz vor halb. Die Zeit wird gleich zurückgedreht werden. Tu doch was! Du bist die, die das ausgelöst hat. Du hast es erfunden. Okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Vereil dich, es sind nur noch ein paar Sekunden. Was ist denn bei euch los? Beginn mit einem F und endet auf... Komm schon! Na, Flugwebter! Ach, ich! Hey, Maddy. Woher kennst du meinen Spitznamen? Voll süß, den kennst du! Oh, Upsi, das tut mir leid. Wir hängen für immer in dieser Zeitschleife fest. Die Technik-Magierin hat versagt. Ich hab nie meinen fliegenden Mini-T-Rex gefunden. Was ist denn bei euch los? Ich hasse dieses Ding. Ich kann mich darum kümmern für euch. Eine Minute nach halb. Der Zeitreisefluch ist gebrochen. Es hat aufgehört! Ja! Ja! Geschafft! Oh mein Gott! Oh nein! Ich hab den Giganotosaurus vergessen! Lauf! Ja, ja. Solche Angst. Oh, hi, Asher. Hey, Parkranger, Darren. Was machst du? Das ist Parkranger Maddy. Schön, dich endlich kennenzulernen. Das ist für unseren neuen Baby-Brachiosaurus. Winston. Oder zumindest nenn ich ihn so. Hm, vielleicht geben wir ihm auch einen anderen Namen. Was habt ihr denn gegen Winston? Äh, es klingt nicht nach einem Dino-Baby-Namen. Wie war es mit Juni? Wie in Spy Kids. Hm. Juni? Äh, nun, ihr könnt ja weiter überlegen. Ich werde ihn jetzt füttern. Können wir mitkommen? Ja, ich möchte den kleinen Kerl sehen. Also, es dauert doch nur eine Minute. Wir müssen uns an die Reinigung und das Wegräumen unserer Ausrüstung machen. Sie ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir müssen sie reinigen und testen, um sicher zu gehen, dass alles einwandfrei ist. Oh, okay. Schon erledigt, Parkranger Darren. Spitze. Ich bin auch im Handumdrehen wieder zurück. Da bist du ja. Bereit fürs Frühstück, Baby? Ich habe hier erstklassiges Brachiosaurus-Futter für dich. So, hier bitte schön. Leg los. Friss es. Komm schon. Winston, leg los. Isst dein Frühstück? Na komm. Das ist hervorragendes Brachiosaurus-Futter. Soll ich dich füttern? Wie ein Zug, der in den Tunnel fährt. Buh-Buh. Du schleuderst mir Dreck ins Gesicht? Das war nicht gerade nett. Das dauert wohl doch länger als gedacht. Hey. Was? Du läufst einfach weg, du frecher Lause-Dino? Winston. Komm wieder her. Warte. Warte. Okay, der Schlummerdart-Blaster ist fertig. Ja. Er glänzt und funkelt jetzt. Ja. Denkst du, wir sollten nach Park und Jadarin sehen? Er ist nämlich schon ziemlich lange weg. Hm, nein. Es ist ja nur ein Baby-Brachiosaurus. Wie schwer kann das sein? Für ihn ist es sicher hart. Richtig. Wenn er in ein paar Minuten nicht da ist, gehen wir nachsehen. Deal. Uh, sieh mal diese Brille. Komm schon, Winston. Wo bist du? Oh, da bist du ja. Na komm. Komm schon. Isst dein Futter, Freundchen. Hey. Lecker Futter. Wenn du es frisst, gibt es ein Leckerli. Versprochen. Super yummy. Ham, nam, 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 nam. Hm? Er frisst nicht. Ich verstehe es nicht. Ich hatte noch nie Probleme beim Füttern von Dinosauriern. Aber vielleicht liegt es daran, dass er ein Baby-Dino ist. Vielleicht mögen mich Dinosaurier-Babys nicht. Aber jeder Dino liebt mich. Jetzt hör du mir mal gut zu. Winston? 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 Oh, je. Äh, äh. An alle Parkranger. Ich brauche Verstärkung. Dieser Baby-Dino ist schwer zu bändigen. Ich wiederhole. Ich brauche Verstärkung. Ich glaube, ich habe das Brachiosaurus-Baby verloren. Das war so klar. Äh, ich meine, verstanden Parkranger, Darren? Wir sind schon auf dem Weg. Und ich muss checken, ob der Zaun noch an ist. Alles gut. In Ordnung. Ich muss ihn nur noch finden. Ich wäre ein furchtbarer Dino-Sitter. Oh, na endlich. Wir müssen den Baby-Dino finden. Er frisst einfach nicht und er rennt ständig weg. Okay. Lass mich versuchen. Ich mache das mit meiner kleinen Schwester andauer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme jetzt. Äh. Okay. Wer ist ein Baby-Dino? Wo würde ich mich verstecken? Da. Da. Da bist du ja, Winston. Ah, ich glaube, dass er den Namen nicht mag. Wie wäre es mit Luke? Und Luki ist sein Spitzname. Hier, Luki. Komm, wir haben feines Futter. Oh, wow. Er frisst es. Ja, hau rein, Luki. Cool. Geschmeidiger Move, Maddy. Oh, wow. Oh, wow. Ah, wie geht. Ich fand's echt lustig. Hey, wo ist Luki? Was? Oh nein, nicht schon wieder? Wo ist er hin? Oh nein, der Zaun ist unten offen. Er ist sicher durchgeschlüpft. Wir sollten uns aufteilen und ihn finden. Wenn er auf einen Fleischfresser trifft, tut es wirklich gefährlich für ihn. Komm her, Luki. Hier, Luki. Hm, soll ich dir ein Lied vorsingen? Babys mögen das. Luki hat ein kleines Schaf, kleines Schaf, kleines Schaf. Luki hat ein kleines Schaf und trumplig war seine... Was denn? Das war nicht für dich. Ich versuche, Luki zu finden. Na schön. Ein letztes noch, aber dann muss ich los. Dort nah der Bucht, Wo der T-Rex gern wohnt, Zurück ins Camp. Das soll ich nicht. Komm schon, Luki. Hilf mir doch. Hm, kein Dino in Sicht. Ich spiele immer Brachiosaurus-Mama-Geräusche ab. Hm, das hat nichts gebracht. Vielleicht weiß Parkranger Obie, wie ich den Dino finden kann. Hallöchen, Parkranger. Hey, Obie. Wir suchen einen Baby-Dino. Hast du einen guten Tipp, wie wir ihn finden könnten? Außer mit den Überwachungskameras. Ich bin im Spinosaurus-Paddock und möchte auch lieber nicht gesehen werden. Moment mal, das Problem hatten wir auch schon. Oh ja, Kamouflage. Das ist eine gute Idee. So, wir haben's. Alles klar. Das wird den Dino-Nator perfekt tarnen. Haben wir noch Kamouflage? Ja. Fülle dich gut darin ein, okay? Alles klar. Ja. Bereit? Ja. Okay, lass uns mal mit T-Rex finden. Los geht's. Okay, jetzt geht's los. Oh ja, richtig. Das Kamouflage-Tarnet. Klasse Idee. Du musst schnell weg und pass auf dein Handy auf. Ah! Ah! Spinosaurus! Ah! 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 Ah Da bist du ja. Diesmal bin ich auf dein Feuerchen vorbereitet. Was machst du im Allosaurus-Paddock? Ich will, dass du rüber gehst. Du hörst einfach nicht auf mich. An alle Parkranger. Ich bin bei Luki. Wir sind im Allosaurus-Paddock. Kommt bitte schnell hierher. Er gehorcht den Kinderparkrangern einfach besser. Ja, ist doch klar. Du bist ein Erwachsener. Das zeigt sogar ein Baby-Diener. Oh, gut. Seht mal. Luki ist hier, aber er muss wieder dort hinüber. In den Herbivore-Paddock. Komm her, Luki. Komm hier, Luki. Hier sind wir. Komm schon. Ich weiß was. Ich singe. Luki hat ein kleines Schaf. Kleines Schaf. Kleines Schaf. Luki hat ein kleines Schaf. Ja. 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 Was ist passiert? Er schließt nicht, weil er technisch gesehen an ist. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh nein. Luki läuft zurück. Schnell, Parkranger-Darren. Sing. Aber ich kann nicht singen. Ich habe eine schreckliche Singstimme. Ich weiß doch. Mach einfach. Luki hat ein kleines Schaf. Kleines Schaf. Kleines Schaf. Ja, es funktioniert. Der Hass war ein Gesang. Schnell. Schließ den Zaun. Los. Gerettet. Luki ist sicher. Ja, aber wir sollten los, bevor die Steuerung nochmal runterfällt. Sehr witzig. Zurück zum Basiscamp. Warum schreien wir eigentlich? Oh Mann. Babys sind ein Haufen Arbeit. Ja. Sind sie. Mhm. Missionseintrag 642. Babydinos sind genauso pflegeintensiv wie Menschenbabys. Also sei wachsam und bereite dich vor, du wirst viel rennen müssen. Vielleicht mit Babykotze im Gesicht. Ich bin froh, dass Luke in Sicherheit ist. Ich auch, aber... Was aber? Wir haben ihn noch nicht richtig gefüttert. Und ich bin so müde und er ist so wuselig. Ich mach's. Ganz sicher? Ja. Denn er liebt es, wenn ich singe. Ich komm schon klar. Ich leih mir die... Denn Babykotze fliegt... weit. Ich bin gerade so angewidert. Ich hatte Spucke in der Nase, in meinem Mund, in den Ohren. Ich brauche dringend Q-Tips. Das ist grundsätzlich etwas mit mir vorbe하면. Bitte gehört Gott. Wenn ich theen. Ich bin gerade so zutat. Ich hab das.